Ich möchte ein Spiel spielen. Das Spiel beginnt. Das letzte Mal haben wir verschiedenste Kämpfe geschlagen. Es war taktisch sehr gut gelaufen. Wir haben zweimal, einmal im Sumpf gekämpft, einmal zusammen mit den Karawanenjungs. Aber so langsam sollten wir mal ankommen. Denn wir haben hier einfach nur 110 Goldstücke, die wir für diesen Auftrag bekommen. Und zwei Goldstücke pro Kopf. Also das hat sich jetzt noch nicht gelohnt. Was, wieso sind denn hier nur drei? Jetzt kommt hier schon ein... In der letzten Episode habe ich es beendet, falls ihr es nicht gesehen habt, mit den Worten, jetzt sollte nach Möglichkeit kein weiterer Kampf kommen. Weil zwei sind jetzt schon angeknackst. Einer ist komplett kaputt. Der muss erstmal ausruhen in der zweiten Reihe. Ach Leute. Und jetzt kommen hier auch noch... Okay, das sind nur Thugs. Also Schläger. Schlecht ausgerüstet. Und aber Bogenschützen oder Fernkämpfer. Wahrscheinlich auch Schleuderer. Leute. Oh nein, guckt mal, so viele Bogenschützen. Oh nein. Ich meine... Ey, die haben... Die haben hohes... Die haben hohes Terrain. Die haben drei Bogenschützen. Ich meine, unsere Rüstungen sehen ja auch nicht mehr so gut aus. Oder? Ja, 62 pro 7%. Ey, für 100 Goldstücke. Ey, ich ziehe mich zurück. Auf jeden Fall erstmal hier zurück, wie wir es das letzte Mal auch gemacht haben. Ziehen wir uns schön hier auf die Linie zurück. Auf die Grundlinie. Und ähm... Naja... The Problem sind die Bogenschützen. Ich gehe davon aus, dass sie uns gleich massiv unter Feuer nehmen werden. Und die sind halt nicht so gut, die Bogenschützen. Das ist der Vorteil. Ey, mal gucken. Mal gucken. Je nachdem, wie jetzt die Bogenschützen ähm... Hier treffen. Die können halt... Die können halt jetzt sechs Schüsse machen im optimalen Fall. Vor allem halt mit... Na, obwohl der schießt jetzt gerade nicht vom hohen Gelände. Der schießt jetzt gerade vom Boden aus. Er ist ein bisschen doof. Aber gut. So ein Swing wäre halt geil, ne? Ey, ich bin jetzt wirklich so am Überlegen. Einfach nur, weißt du, so... Ey, das wäre so ein krasser Moment. Ich ziehe den vor, dass sie ihn umringen. Und dann mache ich diesen Swing. Ich meine, der Hallstein ist eh im Kopf nicht ganz richtig. Der hat... Der hat ja schon... Der hat ja schon hier einen Hirnschaden, ne? Das wäre genau so ein Ding für den, glaube ich. Okay, wir machen's. Wir machen's, Leute. Ich hab Angst. Aber... Ey, ey... Ey, wenn... Ey, wenn nicht er, wer dann? Ihr bleibt alle hinten. Warum schießen die nicht? Was ist denn hier los? Warum kommen die nicht? Kommt! Das ist keine Falle. Ja, okay, ich verstehe. Die kommen nicht, weil sie Fernkampfvorheit haben. Die haben den Hügel, aber die wollen doch eigentlich von uns die Beute. Wenn ich jetzt reingehe... Wenn ich jetzt reingehe... Mal gucken. Ich lasse sie mal hier auf Wartepositionen und gucken wir mal, ob sie sich vielleicht noch bewegen. Wenn ich reingehe, komme ich halt schlecht wieder raus. Okay, die ziehen sich sogar zurück. Okay, dann ziehen wir uns auch wieder zurück. Mit mir nicht. Leute, ich hab echt Schiss, ne? Ich hab echt Schiss. Das kann hier schon vorbei sein. Weil... Ich mein, gut, die haben hier... Guck mal. Die haben hier zwei... Die haben drei Schilde, ein kleines Schild. Die haben die ganzen Bogenschützen... So, wenn ich jetzt mit denen vorrücke, fangen die Bogenschützen an, mich massiv unter Schuss zu setzen. So, jetzt muss nur einer oder zwei treffen. Das heißt jetzt noch nichts, aber... Kann sein. Ey, wegen 100 Goldstücken... Ne. Ich möchte lieber meine Jungs behalten und das nächste Spiel weiterspielen. Also ich dieses Spiel weiterspielen. Jetzt kommen sie. Ja. Scheiße, die haben den Hallstein. Ah, Mann, der ist so blöd. Der ist so blöd. Ah, perfekt. Okay. Ja, hättet ihr mal ein bisschen mehr bezahlt, Leute. Für 100 Goldstücke mache ich mich jetzt sicher nicht verrückt. Was ich halt hier ein bisschen doof finde, ist, dass die die Esel angreifen. Hört man ja jetzt gerade. Dass sie die Esel angreifen. Das ist total bescheuert. Weil die brauchen die Esel und die Karren ja unter Umständen, um ihr Diebesgut wegzuholen. So darn it. Okay, wir haben jetzt wahrscheinlich ansehen verloren. Oh ja, langholz cold ist das jetzt. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich habe keinen Bock hier drauf zu gehen. Ähm, wir haben auch keine gute Laune mehr. Doch, die Laune ist okay. Meine Jungs fanden das okay. Haben sich gedacht, ey, bevor wir jetzt drauf gehen für 100 Goldstücke, gehen wir lieber. Ja, Leute, guten Tag, Lohnberg. Ihr kennt uns nicht, aber wir sind eine sehr gute Truppe. Was gibt es denn hier? Aha. Holz. Holz. Gehen wir mal nach langholz. Ich kaufe jetzt Holz. Ich habe ein bisschen Schiss. Kann sein, dass wir jetzt hier für... Weil das hat ja hier um die 200 gekostet. Ähm, und dass wir dann da nur 150 kriegen oder so. Und dann habe ich keine Kohle mehr. Mal gucken. 260, jetzt ist es teurer geworden. Wahrscheinlich, weil sie mich hassen. Na gut, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, nein, machen wir nicht. Was haben wir hier für einen Auftrag? 8... Oh, 980. Äh. Brigands. An einer Keep. Nee, auf gar keinen Fall. Lohnberg zurück. Also 1000 mit 5 abgefuckten... Typen. Ey, das schaffen wir nicht. Es ist gerade keine gute Situation im Moment. So, was haben wir hier? Also, das habe ich noch nicht gesehen, das Bild. Ein Mug of Water. Bla, bla, bla. Outlook. Pounce Fog Prey. Was wollen die? Was wollen die? Ich kann es noch nicht... Ich habe es jetzt mal so rüber gescannt. Ich kann es nicht finden. Auf jeden Fall bezahlen sie für das, was sie wollen. Was auch immer. Das ist 440. Okay, nehmen wir mal an. Obtain Fetish of Fertility at Ancient Outlook. Okay, ich habe das Gefühl, das wird unser Todesurteil. Okay, hier haben wir einen Brawler. Der hat keine... Nehmen wir mit. Komm. Nehmen wir mit. Wir brauchen jemanden. Wir nehmen noch ein bisschen Lebensmittel mit. Oh. Das ist ja gut. Gut. Hier kosten die... Die Medizin ist hier günstig. Also, wenn wir das jetzt hier schaffen, könnten wir uns schön mit Medizin noch ausdecken. So. Eindecken. So, der hat schon mal 103 Fatigue. Das ist gut. Wir haben hier einen Nahkampfangriff. Das ist auch gut. Guten Nahkampfangriff. Das heißt, der wird jetzt schön ausgerüstet. Was haben wir hier? Eine 70er. Der ist noch nicht so gut im Nahkampf, dass wir ihn alleine lassen können. Weißt du, ihr kriegt jetzt hier schön den Maze. Ich denke, dass... Dass uns jetzt... Nämlich Untoten oder so erwarten. Und dann nehme ich lieber mal so Trümmer-Sachen mit hier. Aber auch nicht die... Ja. Nämlich lieber so Sachen, womit wir dann mal richtig schön trümmern können. Wie lange braucht der noch? Eins bis drei Tage? Okay. So. Und jetzt ab geht's. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Lebensmittel. Ja. Was bezahlen wir im Moment? 115 Goldstücke. Ist ja das Problem. Die Idee war ja auch, dass wir nochmal durch die Wildnis ziehen. Bisschen was erleben. Wenn wir die 2000 Crowns gemacht haben. Aber... Oh, 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 oh. Schnell angreifen. Ah, perfekt. Wenn die jetzt noch mit dazugekommen wären, dann hätten wir den Kampf nicht geschafft. Ist nämlich so, wir sehen jetzt hier, dass es nur die Gruppe ist. Und nicht die andere noch. Das wäre dann hier noch ein Symbol. So eine Standarte. Hier sind jetzt nur die Schlechten drin. Aber auch Bogenschützen. Hä? Das sind aber auch Skelette. Was zum Teufel ist hier los? Wenn du taktische Rundenstrategie wie Battle Brothers magst, dann empfehle ich dir Dungeon Saga Originals. Das Ding hier ist Hero Quest, aber viel, viel geiler. Hier gibt es nämlich noch Kontrollbereiche, Angriffe von vorne, von hinten, 96 Miniaturen und über 40 Abenteuer, die zwischen 1 und 2 Stunden Spielzeit beinhalten. Dieses Stable-Top-Dungeon-Crawl-Spiel findest du in meinem Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Ich verlinke dir das unter diesem Video. Die haben es doch noch, ich glaube, die haben es doch noch geschafft. Fuck. Okay. Wir ziehen uns hier, wir versuchen hier, das Gelände so gut so geht zu nutzen. Und hier geht es jetzt hier unten rum. Ah, okay, die kämpfen auch gegeneinander. Die Skelette greifen alles an, was sich bewegt. Okay, dann lassen wir natürlich die Skelette und die... Und die... Ey, es wäre super gut, wenn hier diese Briganten, wenn diese Räuber jetzt hier so reinlaufen würden und die hätten dann die Skelette auf der einen Seite und auf der anderen Seite meine Jungs. Das wäre natürlich super. Okay, wir werden natürlich jetzt auch nicht zu lange warten. Wir wollen natürlich jetzt diese Situation gut ausnutzen. Der Typ hier, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich natürlich von drei Seiten angegriffen werden. Aber der Typ hat halt nur so ein Kopftuch. Und ich habe hier eine Kopfwaffe. Ich muss gucken, dass ich den schnell weggebolzt bekomme. Gucken wir mal, dass wir hier... ...doch ein bisschen einen Vortrag machen. Okay, dadurch, dass die Skelette und die gegeneinander kämpfen, können wir es halt jetzt wirklich schaffen und können von jeder Fraktion so ein paar raussnitschen. Und hoffentlich schwächen sich beide Fraktionen so, dass da nicht mehr so viel für mich zu tun ist am Ende. Weil der Hauptkampf läuft anscheinend hier oben. Okay, ich bin wieder voll im Bild. Es ist hier echt immer, immer schwierig. Okay, Leute. Hier passiert nicht so viel. Gut. Also. Den machen wir jetzt schön platt. Jawohl. Okay, gut. Jetzt direkt vorne, nach vorne angreifen. Auch Kopf, Köpfe sehr unbedeckt hier. Das finde ich sehr gut. Okay, Heilstein. Du musst dich hier um die Skelette kümmern. Wen geben wir denn noch dazu? Den Jost? Ja, der Jost hat... Wir geben den Erik dazu. Weil der Jost, der hat schon sehr viel Belastung. Und der Jost ist zudem auch noch sehr gut gelaunt. Dann lassen wir den jetzt erstmal hier hin. Und dann ziehen wir gleich nach. So. Perfekt. Ah, die schießen natürlich auf mich. Weil gegen Skelette ist den Bogenschützen jetzt nicht so prall. Jawohl. Oh, der ist fast tot. Okay, perfekt. Machen wir mal ein bisschen vorsichtig. So, du ziehst vor und wegkloppen. Jawohl. Skelette kommen, glaube ich, nicht wieder. Aber ich bin mir nicht sicher. Also Zombies... Zombies können wiederbelebt werden. Skeletten, glaube ich, nicht. So, jetzt gehen wir hier nach vorne, damit der hier, der Bogenschütze, nicht schießen kann. Perfekt. Und weiter geht's. Weiter rücken. Weil der Bogenschütze, der wird jetzt erstmal die Waffe wechseln. Das ist gut. Ah. Oh, ja. Sogar noch besser. Geswitcht. Jetzt ist der andere da. Okay. 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 Wir müssen hier ganz schnell nach vorne. Machen wir mal hier hin, damit die... Damit ich nicht sofort hier im Kampfbereich bin. Das halte ich im Moment für schlau. So, die so ein bisschen nicht volle Weite laufen zu lassen, um sie nicht jetzt hier zu sehr zu belasten. Und dann später quasi mehr Puste zu haben. Das ist ein bisschen die Idee. So, der... Oh, jawohl. Perfekt. Das ist so gut, wenn die keinen Helm aufhaben. Da kann man mal richtig reinknallen. Der Typ ist nämlich jetzt hier Stunt. Also der hat... Der hat einen Schlag auf dem Kopf bekommen. Das bin benommen. Das ist natürlich sehr gut. Dann würde er zum Beispiel, wenn er jetzt das Schild hoch hätte oder so, dann würde er diese Schildhaltung verlieren. Ich glaube, der verliert auch einen Zug, also eine Aktion. So, hier oben müssen wir aufpassen. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem, weil er hier so eingekesselt ist. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich hier durchsprechen. Seht ihr? Der kann jetzt nicht angreifen. Perfekt. Leute. Es ist jetzt eigentlich... Jetzt geht der Kampf erst los, weil die... Die Filettes sind jetzt weg. Oh ja, die Bogenschützen haben auch keinen Bock mehr. Nicht, nicht, nicht. So, die Bogenschützen haben keinen Bock mehr. Die zwei sind aber immer noch aktiv. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir zischen mit dem einfach mal so richtig schön hier hinten hin. Da können wir dann gleich auch die Bogenschützen hier noch angreifen. Und tschüss. Da fliegt der Kopf. Ja, Leute, das ist doch vorbei. Hoffe ich. Okay. Was machen wir mit dir? Ja, du hast zu, aber du kannst nichts. Jos, du hast zu wenig Power. Ach, der haut doch nicht ab. Der hat sich die Moral wieder geholt. Durch irgendwas hat er jetzt wieder Moral bekommen. Weiß nicht was. Ja, die haben zu viel Belastung schon, das dahinter herrennen zu lassen. Das bringt, glaube ich, nicht viel. So, ach, guckt mal hier. Die sind jetzt alle sehr euphorisch. Da passiert jetzt nichts mehr. Den lassen wir einfach mal... Ich lasse den Jost einfach mal ausruhen. Ach, guckt mal an. Der hat die Fähigkeit. Die brauchen wir auch noch. Da kann man die Hälfte der verlorenen Ausdauer wiederbekommen. Und das ist eine Fähigkeit, die wir auch skillen können. Und wahrscheinlich auch werden. Okay. Die zwei anderen fliehen schon. Lassen ihren Kamerad hier alleine. Ja, ohne schon. Es macht keinen Sinn, jetzt hinterher zu rennen, glaube ich. Der Bogenschütze wird jetzt sowieso... Zack. It's over. Lassen wir so. Manchmal kein Risiko. Aber Loot ist da. Loot ist da. So einen Ancient Helm haben wir. Die Helme von den Untoten, die sind sehr schwer, haben aber meistens noch eine ganz gute Rüstung. Aber die ziehen auch meistens Vision ab. Ihr seht's ja, Vision minus eins ist nicht so gut. Aber für vorne ist das auf jeden Fall okay. Auf jeden Fall für die Anfangszeit. Ja, hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier so an Belastung? Unser neuer Kamerad zum Beispiel. Ähm, das ist drei Fatigue und das ist acht. Das sind gleich fünf mehr, ne? Das wird der hier, weil das zum Beispiel für den wäre das so interessant. Der hat noch ganz gut Ausdauer. Du sollst schneller lernen. Und verteidigen du erst mal. So, was machen wir mit dir hier? Ja. Deutschen? Nö. Auf jeden Fall auch. Kolossus, ey, wie gesagt, das habe ich ja am Anfang so ein bisschen für mich so definiert. Ich möchte Kolossus auf jeden Fall hochleveln bei dem. Okay. Oder bei meinen ganzen Leuten, dass die halt einfach viele Lebenspunkte haben. Lang überleben. Und hoffentlich dann länger Kämpfe bestehen. Oh, den nehmen wir noch mit. Barbarische Krieger sind das. Okay. Vielleicht schaffen wir es hier so ein oder so. Oh. Das sind Hunde. Uiuiui. Ah, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es hier nochmal einen oder so mitzunehmen. Ein paar Erfahrungspunkte. Und ich glaube, dass das auch für die Beziehung ganz gut ist, wenn man da unterstützt. Also es würde auf jeden Fall logisch, es würde Sinn machen. Und Battle Brothers zahlt sich auf jeden Fall, oder zeichnet sich durch eine hohe Logik einfach aus. Es sind viele Dinge einfach, ja, sind einfach logisch. Kann man oft ganz intuitiv sagen, wenn sowas in der Realität ist, ist es hier auch so. Das Leben noch zwei. Ah, nee. Ich habe jetzt gesehen, beim Hand of Blood, der hat es ja auch mal eine Zeit lang gespielt, relativ lange Zeit für seine Verhältnisse so, da hat er zwar kein Geld bekommen, keine Ausrüstung und so in dem Kampf, weil er nichts gemacht hat, aber die Moral ist gestiegen, weil die Leute halt in einem Kampf waren, der gewonnen wurde. Also selbst wenn jetzt hier nichts mehr rausspringt, das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Weil es ist für mich eine relativ sichere Sache. Guckt euch das an, der ist alleine, alle sind tot und der ist trotzdem, hat nur trotzdem hohe Moral. Diese Barbaren sind der absolute Wahnsinn. Gehen wir mal hier hin. Der hat so eine zweihändige Keule, die sieht auch supergeil aus. Supergeil. Ich mache ja Pen & Paper Rollenspiel auf meinem Kanal, auch auf meinem Hauptkanal, falls ihr den nicht kennt. Der ist auch unter dem Video verlinkt. Und da hatte ich mal bei einem Spiel, das habe ich aber nicht aufgezeichnet. Habe ich mal einen gespielt mit so einer riesigen Keule und so. Das war schon ganz cool. Okay. Hat uns nichts gebracht, aber ich glaube, wir sind jetzt gut gelaunt. Vielleicht hat das den Vorteil gebracht. So. Nächste Folge holen wir uns dann unser Zeug in Lonneberg ab und hoffen wir mal, dass wir uns dann so langsam mal so hoch arbeiten können. Wie gesagt, 2000 Goldstücke müssen wir erreichen. Da werden uns ja 1000 abgezogen, weil wir kriegen ja dann so eine Standarte. Mein Ziel ist jetzt so ein bisschen mittelfristig. Die Standarte bekommen, 10 Leute, ausreichende Versorgung an Lebensmitteln und solche Geschichten sowieso und dann mal in die Wildnis ziehen. Mal gucken, das sind so ein paar Sachen, auf die ich jetzt hinarbeite und am besten keinen mehr verlieren jetzt erstmal. So, 450, 440 Goldstücke sind mal da. Achso, das machen wir in der nächsten Folge. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, ich hab Bock, ich hab Bock. Ich hab Bock... Ich hab Bock... ,